hallo grüß euch leute servus und willkommen zu einem kleinen aber großen bereich und zwar ein spaß beiseite fang mal nicht so an es geht ganz einfach für die vorgestellten kanäle im monat märz die vorgestellten kanäle im monat märz können sich werden bei einem wettbewerb teilnehmen ja und die zuschauer können abstimmen welcher kanal kanal des monats märz wird und es sind zehn oder elf kanäle glaube ich jetzt die sich vor die hier vorgestellt wurden für april gibt es dann auch wieder ende april beziehungsweise ersten mai ja und kanal des monats heißt es kann sich jeder es kann jeder gewinnen und der gewinner bekommt 20 euro steam gut haben oder 20 euro bsn gut haben oder 20 euro xbox von gut haben je nachdem eure zuschauer liebe vorgestellten kanäle des monats märz können abstimmen entweder in ich versuche sind der infocard einzubauen oder einen wie sagt man dazu oder in den kommentaren ich werde jeweils den angeführten kanal aufschreiben und auch dementsprechend verlinken damit ihr für den monat märz noch einmal review passieren könnt und euch anschauen könnt für welchen kanal ihr abstimmen könnt eure zuschauer können euch eure stimme abgeben und einen weiteren kanal dessen kanal ihr gefallen daran habt ja was möchte ich noch dazu sagen der gewinner bekommt eben das das wird nicht ein monat lang laufen sondern eine woche laufen das heißt mit heute ersten april bis zum jetzt muss ich selber nachschauen kurz bis zum 8 april und am 9 april und am 9 april wird der gewinner bekannt gegeben wer kanal des monats wird und jetzt schauen wir mal uns gemeinsam schaue ich mit euch gemeinsam noch einmal an wer eigentlich hier rein fällt in diesem wettbewerb und zwar habe ich gesagt beginnt das mit ersten märz und da schauen wir jetzt gemeinsam rein kurz so die kanäle die hier einfallen sind bad time in sein ihr seid mit zweiten dritten mit dabei ultimate cubex kids tube dem mix fällt hier noch rein ups papa zockt fällt hier noch rein ja hier wurde da wird wurde das präsentiert in dem arm fällt hier ein forex design chris viral fällt hier rein der echte ton ameise south gaming erics auf gaming halt und zu guter letzt der liebe labellon ja ich möchte euch ja ein bisschen content verschaffen und der kanal des monats der gewinner wird am montag den 9 april vorgestellt fällt gott dank in meine urlaubs woche der 9 april bis zum 15 april und am 9 april ist eben also 8 april 23 59 ist schluss und jede danach gestellte stimme wird nicht mehr mitgezählt also bis zum 8 april habt ihr zeit abstimmen eure zuschauer darauf aufmerksam machen dass es hier einen wettbewerb gibt dass sie auch an der kanal vorstellung teilnehmen können dass sie gerne mit mir auch zusammenzocken könnt dass ihr auch gerne mit mir zusammenzocken könnt ja ich stelle diese kanäle alle in die link beschreibung damit ihr euch anschauen könnt wer in die kanal des monats bewerbung fällt bewertung fällt und es sind zehn bis elf kanäle ich bin mir nicht genau sicher ja was will ich noch sagen ich bedanke mich recht herzlich wie immer dass ihr euch zahlreich beworben habt so wettbewerb genau wettbewerb ja und jeder vorgestellte kanal hat hier die chance im märz der im märz vorgestellt wurde zu gewinnen und der gewinner darf sich dann 20 euro gut haben von welchen anbieter auch immer von den drei anbietern auch immer er hat ein 20 euro gut haben aussuchen und er wird explizit dann im gewinner video noch einmal erwähnt noch einmal genauestens vorgestellt und ja an die lieben kanäle die vorgestellt worden sind noch einmal die information macht eure zuschauer aufmerksam dass es um etwas geht sie dürfen auch gerne mich abonnieren ihr dürft auch gerne mit mir zusammenzocken und 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 das ist einfach eine kleine an ein ansporn damit ob eure zuschauer aktiv sind sie dürfen auch gerne mich abonnieren wenn ihnen mein content gefällt und ich will jeden kanal natürlich helfen die ja irgendwie etwas ja vor hat das war es dann auch schon wieder ich schreibe die kommen in die kommentare ein ich versuche da eine infocard oder eine umfrage zu stellen welcher kanal hat im monat märz gefallen und dann die jeweiligen kanäle und ja dann wünsche ich euch viel spaß drück euch fest die daumen und toi 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 und ja hoffentlich sehe ich den ein oder anderen öfters auf meinem kanal in diesem sinne habt einen schönen ostersonntag ciao ciao und da unterbricht einfach mal das niesen ganz konkret den den das info video und ja ich drücke euch fest die daumen wie schon eben erwähnt ich wünsche euch toi 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 und ja eben wie schon erwähnt auch wenigstens noch einmal danke dass ihr immer wieder auf meine videos vorbeischaut und ich versuche jeden einfach zu unterstützen nicht nur mit der kanal vorstellung sondern auch mit meinen kommentaren und meine zuschauer freuen sich sicherlich auch dass ihr so einen tollen content habt ich habe meinen persönlichen favoriten gefunden im monat märz werde das natürlich nicht verraten gebe das vielleicht eventuell am ende des videos bekannt das heißt einer von euch elf oder zehn kanälen hat eine vorzugsstimme hat bereits seine stimme die werde ich aber ausgegebenen gründen nicht verraten aber ich glaube dass dieser auch gewinnen wird dieser kanal oder der kanal den ihr gemeinsam führt in diesem sinne tschüss barbara frohe ostern und toi 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 eine woche lang abstimmen bis sonntag 23.59 und dann ja dann steht der gewinnerfest am montag den 9. april in diesem sinne grüß euch servus servus grüß euch ich